Willkommen zu einer neuen Folge von WoW Quest. Heute machen wir die Quest ausgeblutet im Tannant-Dschungel. Dazu müssen wir aus zwei Käfigen eine Sklavenverfreien. Machen wir jetzt auch gleich mal. Dann habe ich doch gerade einen Käfig gesehen, genau. Und ich muss zugeben als Krieger bin ich echt mies, weil ich wirklich keine Ahnung von den Waffen hier. Vielleicht nur alle paar Monate mal spiele. Gut, zumindest habe ich es auf Level 90 geschafft. Vielleicht den Quest wohl auch noch hinkriegen. So, der erste Käfig. Der zweite. Der nächste Käfig, aber da ist nichts drin, glaube ich. Ah, da oben. Den Musikern greifen. Da wäre mir so oder so in die Bräder gelaufen. So, mal was Effektvolles. Hat zwar nicht viel Wirkung, aber es sieht klasse aus. So, öffnen. Und so haben wir die Quest eigentlich alle licht, nur noch ein Problem. So, wir müssen das zagligen. So, ich mache ein Problem. Ja. Das ist ja. so, Rest beenden so haben wir jetzt diese Rest erledigt ich bedanke mich fürs Zusehen bis zum nächsten Mal bei WL Rest danke, tschüss